Ist das bitter? Die Abwehrspieler schauen sich ratlos an, sie waren ganz nah dran am Sieg und in den letzten Sekunden des Spiels wird er ihnen entrissen. Das ist das Glück, das du in solchen Situationen einfach brauchst. Beinahe wäre der Torwart dran gewesen, beinahe wäre der Ball vom linken Pfosten wieder rausgespielt.